Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Xtreme Scheibenklar ist ein sehr kraftvoller Reiniger für alle Glasoberflächen innen und außen am Auto. Seine neuartige Rezeptur mit Nanopartikeln hinterlässt eine unsichtbare Nanoschicht und sorgt für eine verbesserte Benetzung des Glases, zum Beispiel bei Regen. Schmutz und Staub fließen mit dem Wasser schnell und gleichmäßig ab. So bleibt deutlich weniger schmutzhaften. Besonders effektiv ist die Reinigung mit den Sonax Mikrofasertüchern Plus. Sonax Xtreme Scheibenklar ist auch im Haushalt zur Reinigung von Fenstern und Spiegeln bestens geeignet. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Untertitelung des ZDF, 2020